Er hat den Kampf verloren. Marshall Napier wanderte 1988 nach Australien aus, um seinen großen Traum weiterzuverfolgen, eine erfolgreiche Schauspielkarriere. In Deutschland wurde der Neuseeländer vor allem in seiner Rolle als Harry Ryan in der Serie M. Ciliots Töchter bekannt, die er von 2001 bis 2006 spielte. Doch nun machen traurige Neuigkeiten die Runde, vor kurzem wurde bei dem 70-Jährigen ein Hirntumor festgestellt, dem er nun erliegen ist. Wie seine Tochter Jessica Napier auf Instagram mitteilte, ist ihr Vater verstorben. Mit großer Traurigkeit teile ich das Ableben meines wunderbaren Vaters Marshall Napier mit.